Guten Tag Ich bin in Kamerun geboren und ich heiße Sharon Also seitdem ich geboren bin, bin ich zur katholischen Kirche gegangen Trotz dass wir katholik waren, ist meine Mutter immer zu Hexern gegangen Und er hat mich öfters mitgenommen zu den Hexern Und er hat mich gewaschen Das heißt, ich habe mich ausgezogen und er hat mich mit Wasser gewaschen Er hat mich mit Wasser gewaschen Er hat mir Dinge gegeben Er hat mir gesagt, es wird mich reinigen und beschützen vor schlechten Geistern Also ich habe mich in diesem katholischen Leben aufgewachsen Also wenn du in eine katholische Gemeinde reingehst Das erste, was du feststellst, sind überall Statuen und Bilder Aber in der Bibel sagt man Null ne fera die Marge Deu, tout ce qui est dans le ciel Encore moins se prosterni devant elle Also keiner wird sich ein Bild machen von den Dingen, die im Himmel sind Und noch weniger soll man sich vor denen verbeugen Der Teufel hat meine Augen geschlossen Ich habe die Dinge nicht gesehen Ich habe gedacht, was ich tue, ist gut Ich lobe so mit den Herren Als ich mein Abi bekommen habe Meine Mutter wollte ich nach Deutschland gehen Um mein Studium dort zu beginnen Ein Jahr Deutschsprachunterricht Als ich ein Visum beantragt habe Der Teufel wollte mir kein Visum geben In meinem Herzen habe ich mir gesagt Es soll laut dein Wort geschehen Benutze mich, dass ich dein Instrument wähle Überall wo ich hingehe Ich habe mir gesagt, wenn es dein Willi ist, dass ich in Deutschland ankomme Dann soll ich auch ankommen Kurze Zeit später war ich in Deutschland Und meine Eltern, meine Söhne und meine Fräume haben mich accueilliert Sie sind da wie meine Eltern Weil sie haben an der Ambassade Die sind meine Tuteure legal Meine Brüder und Schwester haben mich empfangen Und die sind wie meine Eltern Weil die haben in der Botschaft unterschrieben Dass sie für mich zu verantwortlich sind Am Anfang, als ich bei ihnen war Meine Tante hat gebetet Aber sie hat nicht so gebetet Wie ich gebetet habe Ich habe mir gesagt, nein, das ist Hexerei Ich habe mir gesagt, ich möchte mich nicht ihr nähern Weil sie eine Hexe ist Mit der Zeit hat sie mit mir über Gott gesprochen Und ich wollte dieses Wort nicht annehmen Weil ich habe mir gesagt, nein Herr, das ist nicht das Wort, was ich gelernt habe Und an der Nacht Meine Tante hat noch mal mit mir über den Herrn gesprochen Sie hat mir gesagt Alles was du benutzt, Rosenkranz und alle Dinge Das ist nicht von Gott Du denkst, du erhebst den Herrn, aber du erhebst den Teufel Sie hat mir gesagt Du bist keine Gottesdienerin, aber du bist die Dienerin vom Teufel Sie hat mir gesagt, lass diese ganzen Sachen und folge Jesus Sie hat mir gesagt, Jesus hat keine Statuen, damit du ihm zeigst, dass du ihn liebst Und du kannst, dass du ihn liebst und dich umkehrst Alors, quelques Minuten après, je reçoit ein message de ma soeur Ma grande soeur Ma grande soeur qui était aussi dans mon système Mais elle est là en Chine Elle me dit dans le message, ma soeur Le catholitisme, c'est la sorcellerie C'est l'idolâtrie, abandonne tout ça Die catholische Gemeinde ist eine Hexerei Das ist eine Götz-Dienerei, verlass es Und sofort wurden meine Augen geöffnet Ma mère avait fait un sac de sorcellerie Qu'elle avait acheté chez les marabouts Ma mère, tu vas arriver, verser dans la chambre Ma mère, tu vas arriver, avec les objets des catholiques, les statuettes de Marie, les statuettes de Sous-Fixi Si je vous dis, que en jetant ces objets, j'étais dans moi, c'est que je vous manque Quelque chose m'a pris Je me suis devenu comme une déchaînée Also, als ich diese Dinge, die ich denke, weggeschmissen habe Habe ich diese ganze Tasche genommen, diese ganze Hexerei habe ich weggeschmissen J'ai mis mes genoux au sol J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je confesse que tu es le chemin, la vérité, la vie J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que... J'ai dit, Seigneur, je renonce Je délite tout lien que j'ai eu à faire, confiant ou un confiant avec le Diable J'ai mis au nom de Jésus J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je t'appartiens J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je t'appartiens Et c'est comme ça que j'ai été sauvé J'ai dit, aujourd'hui je remercie le Seigneur, pour que tu es le fait dans moi Je leur demande de me bénir et de continuer à vieillir sur moi Ich prie pour elle, nous sommes l'Église Wenn er solche Leute rettet, dann wird er noch mehr Leute retten. Wir wissen, unsere Freunde aus Kamerunen sind leider sehr verflucht von ihren Eltern. Die Eltern lieben sehr gerne diese Hexerei. Und wenn der Herr nicht unsere Gnade gibt, dann wird ihre Seele in die Hölle gehen. Wir werden für sie beten. Dass der Herr ihr gibt eine Kraft, damit sie wächst. Dass sie noch mehr mit Herrn wächst. Beten wir im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Wir beten, dass dein Geist, Herr, dein Geist, Herr, dein Geist, Herr, der wieder aufbaut, dein Geist, Herr, dein Geist, Herr, der befreit, dein Geist, Herr, der rendt den Menschen fort. Maintenant! Sofort, jetzt! Letzt her! Lasst sie los. Eine Salbung kommt jetzt. Eine Salbung. Um ihr Herz wieder aufzubauen. Die Liebe vom Vater. Sie wird noch sehr richtig in ihr Herz eingehen. Sie wird noch weit von der Sünde fliehen. Auch diese Welt wird sie nicht mehr lieben. Die Salbung kommt auf sie. In der Name des Christus. Die Salbung kommt auf sie. Sie wird alles zerstören, was der Teufel mit ihr gemacht hat. Alles, was sie offenbar ist, was sie gewaschen hat. In der Name des Christus. Sie werden sie vernichten. Sie werden sie jetzt gereinigt werden. Im Namen des Jezus de Nazareth. Deine Salbung. Deine Salbung. Deine Salbung. Part mit ihr geht. Part mit ihr. Sie sollt sie begleiten. Sie soll gesamt sein. Parttou, elle va passer. Überall, wo sie geht. Sie wird ihr Mund öffnen. Um zu bezeugen. De Nazareth. Jesus Christus. Impose-t'a, Mäste L. Oh, oh, oh. Santero Koya. Santero Koya. Santero Koya. Baba Santa. Père, merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Père, merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Merci pour deine Gnade. Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Père, merci pour deine Gnade. Danke für deine Gnade. Au nom de Jésus de Nazareth. Im Namen Jesu Christus. Au nom de Jésus de Nazareth. Im Namen Jesu Christus. Père, que ton onction. Deine Salmon. Que ton onction. Lait à grandir, Seigneur. Wolle ihr helfen zu wachsen. A dem encore plus davantage. Nicht noch mehr zu lieben. Weil du Gott bist. Dieu, Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada